Leute, absoluter Notfall. Bitcoin fällt in weniger als 24 Stunden um fast 20% und wir standen eben sogar unterhalb der 50.000 US-Dollar Marke. Aktuell sehen wir Massenliquidierungen hier auf dem Kryptomarkt und die Altcoins, die bluten richtig aus. Die Federal Reserve hat jetzt sogar eben ein Emergency Meeting für den heutigen Tag ausgerufen, nachdem wir den japanischen Aktienmarkt kollabieren sehen. Leute, was ist hier gerade los? Bitcoin ist wirklich im freien Fall und handelt jetzt wieder aktuell für 51.500 US-Dollar. Es ist gigantisch volatil. Wie tief können wir noch absacken, ehe hier ein Ende absehbar ist? Darüber werden wir natürlich in der heutigen Analyse sprechen und alles, was du für den heutigen Tag wissen musst. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Falls es heute Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du neu bist auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Analysen und News profitieren. Wir verschwenden keine Zeit, legen direkt los. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Oh und Freunde, direkt zu Beginn an dieser Stelle heißt es erst einmal tief durchatmen und nicht in Panik verfallen. Als ich gestern geschrieben habe, jeder Bitcoin-Investor braucht jetzt starke Nerven, habe ich damit gerechnet, dass wir so starke Nerven brauchen? Auf gar keinen Fall. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist ein wahrer Black Swan, ist eine wahre Kapitulation, massivst durch Ängste getrieben und diesen letzten Abverkauf in so einer Höhe, hier vor allem auch in Bitcoin mit fast 20%, ich habe es gerade noch einmal gecheckt, war zu Beginn des letzten Bärenmarktes. Das, was wir jetzt gerade sehen, muss man erst einmal verdauen. Auch ich, als ich heute Morgen aufgewacht bin, musste erst einmal schlucken, als ich diese Zahlen gesehen habe. Wir haben gestern über das Wochenchart-Bild von Bitcoin hier noch gesprochen, analysiert, dass der Wochensupport bei 60.700 US-Dollar liegt. Zu diesem Zeitpunkt handelten wir auch noch in diesen Regionen. Doch wir haben auch darüber gesprochen, wenn dieser nicht hält, aus Wochenchart-Sicht ist dann der nächste Support tatsächlich der 50er EMA, aktuell liegend bei 53.000 US-Dollar und die Unterkante dieser Bull-Flag liegend bei 52.000 US-Dollar. Habe ich damit gerechnet, dass wir da hinkommen? Habe ich nicht. Müssen wir dennoch immer wieder auf dem Schirm haben, dass auf dem Kryptomarkt alles möglich ist? Auf jeden Fall, Freunde, das hier ist wieder einmal eine Lehrstunde für das, was an den Finanzmärkten passieren kann, aufgrund massiver Angst. Was konkret löst denn jetzt diese extreme Angst über sämtliche Finanzmärkte hinweg aus? Vorgestern hatten wir noch über globale Rezessionsängste gesprochen, die einen Crash auslösen könnten. Fragezeichen, ganz danach sieht es aus, Leute. TKL hat hier die Situation einmal zusammengefasst, aus meiner Sicht sehr, sehr nüchtern. Und tatsächlich noch verharmlosend, der japanische Aktienmarkt ist offiziell, wie er es geschrieben hat, in Korrekturterritorium. Wenn wir uns einmal den Nikkei anschauen, dann kollabiert er gerade aktuell. Wir sehen in den letzten drei Wochen von Allzeithochständen einen Kursverlust von 28% und über die letzten drei Handelstage seit Donnerstag, Freitag, heute Montag haben wir über 21,88% an Kursverlusten hinnehmen müssen. Ein wahrer Kollaps des Nikkeis, der soweit erst einmal damit höchstwahrscheinlich den größten 2-Tages-Drop-Kursverlust in der Geschichte, in der Historie dieses Indexes widerspiegelt. Dieser Drop ist sogar größer als der Black-Monday-Crash von 1987, Freunde. Und auch Korea hat damit, Südkorea, jetzt alle Verkaufsorder vergestoppt während dieses Market-Crashes. Als TKL diesen Post verfasst hat, waren Bitcoin und Ethereum 11 respektive 20% unter Wasser. Das hat sich natürlich noch einmal deutlich geändert. Bitcoin mit fast 20% Kursverlust, jetzt aber auch wieder handelt, 51.800 US-Dollar. Ihr seht, diese Volatilität auch während dieser Aufnahme dieses Videos und Ethereum ging tatsächlich über 27% in die Knie und ist damit auch tatsächlich in den übergeordneten Kauftrend-Wendebereich bei 2487 US-Dollar runter bis 1951 US-Dollar gefallen. Habe ich damit gerechnet? Nein, aber auch das verdeutlicht wieder solche Level, wie wir hier ab und zu mal auch aus dem Nichts besprechen, die erst einmal unrealistisch erscheinen, sind tatsächlich relevant hier für die Märkte. Ebenfalls ist nach seinen Worten der Nasdaq 100 jetzt offiziell in Korrektur-Territorium angekommen. Auch dieser ist von Allzeithochregionen binnen drei Wochen um über 17% abgestürzt. Die 10-Jahres-Staatsanleihen, die Rendite ist um 60 Basis-Points, 60 Basispunkte innerhalb einer Woche abgesagt. Die Arbeitslosenrate ist aktuell jetzt, nachdem sie veröffentlicht worden ist, am Freitag auf einem 3-Jahres-Hoch. Hierüber hatten wir auch in diesem Video über die Summerall gesprochen, die soweit erst einmal jedes Mal korrekt lag, dass die USA in eine Rezession geschlittert ist. Schaust dir gerne noch einmal an dieses Video. Wir sehen den Volatility-Index, den WIX mit über 100% Kursbewegung gegen Norden, also über 100% mehr Volatilität hier innerhalb eines Monats. Was ist aus dem Soft-Landing geworden? Das fragen sich jetzt natürlich alle, denn wie eben auch schon angeteasert, hat jetzt soeben die Federal Reserve ein Emergency Meeting ausgerufen, aufgrund des Kollapses des japanischen Aktienmarktes, wo sie ihre Interest Rates, die Zinsen noch einmal besprechen wollen. Und schaut euch jetzt bitte einmal dieses Bild an, Leute. Wir befinden uns hier am 18. September 2024 mit der Einschätzung, dass jetzt nicht mehr diese Zinsen nur um 0,25% gesenkt werden, 5,5% Wahrscheinlichkeit, nein. Wir stehen hier bei einer 94,5% Wahrscheinlichkeit, dass wir einen 50-Basispunkte-Rückgang der Zinsen sehen werden im September. Und wenn wir uns einmal die weiteren Zinserwartungen anschauen, dann sind für den November auch jetzt die Masse bereits davon ausgehend eingepreist, mit 75,6%iger Wahrscheinlichkeit, dass wir auch nach dieser ersten Zinssenkung eine weitere 0,5%ige Zinssenkung hier reinbekommen. All diese Punkte und zudem noch geopolitische Unsicherheit aufgrund des Konfliktes zwischen Israel und Iran haben soweit erst einmal diesen massiven Crash ausgelöst und vor allem, wie auch vorhin schon angeteasert, Massenliquidierungen hier im Markt ausgelöst. Wir sehen in den letzten 24 Stunden über eine Milliarde US-Dollar hier vom Kryptomarkt whack gewiped. Über 900 Millionen US-Dollar an Longs wurden maßgenommen und 147 Millionen an Shorts. Viele fragen sich natürlich auch, hey Mo, was ist denn mit deiner Full-Run-Long-Position passiert? Naja, die hatte ich ja tatsächlich noch einmal in den Kursregionen, zeichne ich kurz noch einmal ein, aufgestockt bei knapp 59.900 US-Dollar. Damit hatte sich soweit erst einmal der Durchschnittspreis nach oben verlagert in die Region von 57.000 US-Dollar, wo ich meinen Stop-Loss-Hit hatte. Dementsprechend diese Position ist auch erst einmal geschlossen, Freunde. Ich befinde mich jetzt trade-technisch komplett erst einmal an der Seitenlinie. Ich habe keine Positionen offen. Ich warne auch davor, aktuell jetzt hier irgendwie mit hohen Hebeln irgendwie zu agieren. Ich selbst habe tatsächlich noch einmal in diesen Kursregionen, wohin Bitcoin gekauft, genauso als wir in diesen Kursregionen standen, habe ich Bitcoin gekauft. Nach diesem Anstieg ganz klar kommuniziert, ich kaufe Bitcoin nicht mehr, außer wir sollten tatsächlich noch einmal in diese Tiefregionen reinkommen. Habe ich damit gerechnet? Noch einmal? Nein, habe ich nicht, Leute. Doch jetzt ist dieser Case eingetroffen. Dementsprechend, das, was ich mache, ist aktuell das restliche Kapital, was ich über die letzten Wochen jetzt wieder angesammelt hatte, hier in den Markt zu injizieren, sowohl in Bitcoin als auch natürlich in das ein oder andere Altcoin-Projekt. Welches Altcoin-Projekt ich hier rausgewählt habe aus der Liste, können wir gerne heute Abend während des Livestreams um 20 Uhr besprechen, denn da heißt es wieder Primetime. Hier auf der Crypto Wall Street, ich gehe live und da werden wir einmal über die weiteren potenziellen Spot-Einstiege auch in den Altcoins sprechen. Das ist aber soweit erst einmal mein Fahrplan, Freunde. Ich bin sidelined, trade-technisch, aber natürlich fasse ich meine Spot-Positionen nicht an. Ich bin weiter investiert, ich habe nichts verkauft. Ich habe hier Bitcoin in diesen Kursregionen gekauft und tatsächlich mit diesem Crash jetzt noch einmal den einen oder anderen Altcoin. Abschließend kommen wir zur Fragestellung, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Bitcoin-Kurs? Fallen wir noch tiefer, ist hier jetzt erst einmal Schluss. Wir sehen eine Gegenbewegung, auch an dieser Stelle. Ich habe auch keine Glaskugel, Freunde. Ich kann nur davon immer sprechen, was uns der Chart sagt. Hier signifikante Preislevel durchgeben, hohe Wahrscheinlichkeitszonen, wenn der Markt hinkommen sollte, dass hier wieder die nächste Gegenbewegung erfolgt. Und aktuell müssen wir festhalten, haben wir gestern explizit darüber gesprochen, wir stehen in der Region von weiteren Support. Nach dem Wochensupport bei 60,7 ist der nächste Wochensupport hier zu finden in Form des 50er EMAs bei 53.000 US-Dollar, den wir deutlich unterschritten haben, ja, aber die Wochenkerze ist noch 6 Tage, 17 Stunden lang. Genauso als wir hier oben diesen Ausbruchsversuch hingelegt haben, waren noch über 6 Tage Zeit und wir wurden massivst rejected. Dementsprechend kann es natürlich auch dazu kommen, dass wir die Wochenkerze oberhalb der 53.000 US-Dollar-Marke schließen. Und ebenfalls hier weiterer Support, diese herabfallende Trendlinie, dieser vermeintlichen Bull-Flag, bei aktuell liegen knapp 52.000 US-Dollar, wo wir aktuell wieder drüber handeln. Sollte der Markt weiter absacken, Leute, ist die nächste signifikante Marke nach SK, habe ich damit gerechnet, dass dieses Level angelaufen wird? Nein, habe ich nicht. Dennoch zeigt es auch wieder, alles ist möglich. 44.600 US-Dollar runter bis 34.900 US-Dollar liegt das Gesamtkorrekturlevel dieser gesamten Aufwärtsbewegung hier seit dem Bärenmarkt-Tief im November, Dezember 2022. Und ich werde in diesen Regionen weiter massiv nachkaufen. Natürlich habe ich auch nicht mehr viel Kapital an der Seitenlinie, Leute. Die meisten wissen, die, die neu sind, wissen es vielleicht nicht. Das meiste an Kapital habe ich zu diesen Kursregionen hier in den Markt injiziert. Die gesamte Aufwärtsbewegung habe ich nicht gekauft. Zuletzt habe ich gekauft, als wir unterhalb dieser 58.000 US-Dollar-Marke gefallen sind. Das war mein letzter Bitcoin-Kauf und vor allem jetzt am heutigen Tag. Sollte der Markt noch einmal tiefer sinken, werde ich weiteres Kapital in Bitcoin injizieren. Ist nicht mehr viel, was auch bei mir an der Seitenlinie liegt. Roundabout 10%. Dennoch ist das natürlich ein höchst attraktiver Bereich, wo man noch einmal Investitionen in Bitcoin tätigen kann. Was positiv zu werten ist, wenn wir etwas Positives aus dieser Situation herausnehmen wollen, ist das aktuelle Liquidation-Level hier in Bitcoin. Bitcoin. Lange haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was mit dieser Liquidität in den 52.000 US-Dollar-Regionen sein wird. Wird diese noch einmal abgegriffen? Wird diese angetestet? Oder wir greifen erst die Liquidität bei 75.000 US-Dollar ab? Naja, jetzt haben wir die Antwort. Mit diesem Drop wurde diese gesamte Liquidität hier rausgenommen, Freunde. Dementsprechend, die Market Maker haben sich diese gesamten Longs einverleibt und diese sind jetzt soweit erst einmal nicht mehr im Markt. Ein weiteres, letztes, höchst interessantes Chartbild, über welches wir in ganz, ganz vielen Livestreams gesprochen haben, ist die Tether-Dominance, USDT-Dominance. Und hier hatten wir Folgendes festgehalten. Die USDT-Dominance befindet sich in einem bullischen Trend-Wende-Bereich. Wir haben definitiv die Möglichkeit, hier erst einmal eine Erholung einzuleiten. Was das bedeuten würde, wäre ein Entzug aus sämtlichen verschiedensten Kryptowährungen hin zu einer Umschichtung in die Stablecoins. Dementsprechend ein Abverkauf in sämtlichen Kryptowährungen und ein Flüchten in den Stablecoin-Tether. Und dieses Potenzial, bis wohin es lag, war nämlich das BC-Korrektur-Level der bärischen Struktur hier schon vor Wochen eingezeichnet, Leute. 6,61% hoch bis 7,53%. Auch hier wieder die Erwähnung. Habe ich damit gerechnet? Nein. Was wir aber festhalten müssen, ist, dass es aus Chart-Technik absolut legitim war, dass dieser Move passiert. Und noch einmal hier jedem verdeutlichen sollten, auch wenn man vielleicht nicht daran glaubt, ist definitiv alles möglich auf dem Kryptomarkt. Und in diesen Regionen sind wir jetzt angekommen, wo die nächste bärische Trendwende erfolgen kann, um soweit erst einmal wieder die Tether-Dominance zu sacken und eine Verschiebung hin zu den Altcoins zu sehen und vor allen Dingen Bitcoin und Ethereum. Also Freunde, ich glaube, jeder Einzelne von uns macht sich gerade ein wenig Gedanken, wie es hier weitergehen kann. Zumindest diejenigen, die in Bitcoin, den Altcoins oder beispielsweise Aktien investiert sind, wir sitzen alle im selben Boot. Was bleibt uns denn jetzt anderes übrig, als die Situation auszusitzen? Ich kann nur von mir sprechen, verkaufe ich in diesen Regionen auf gar keinen Fall, Leute. Was du machst, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe aus den Vergangenheiten, den anderen Zyklen gelernt, dass man in solchen Situationen, vor allem wo man nicht davon ausgeht, dass der Bullenmarkt abgesagt ist, dass es das Ende des Bullenmarktes, wir jetzt in den nächsten tiefen Kryptowinter reinfallen werden, hier zu verkaufen. Denn aus meiner Sicht ist das auch hier wieder nur eine Momentaufnahme. Klar sieht das Portfolio gerade aktuell tiefst rot aus, vor allem diejenigen, die jetzt hier irgendwo eingestiegen sind. Zeigt aber auch wieder zu den Ursprüngen, worüber wir immer wieder sprechen. Bitcoin 40%, 30% Ethereum, das ist meine Allokation, 30% Altcoins. Und diejenigen, die beispielsweise hier im letzten Bärenmarkt, Anfang des letzten Bullenmarktes, hier eingestiegen sind, die sind in einer ganz anderen Situation als einige, die beispielsweise während dieses Runups oder erst ganz zum Schluss jetzt dazugekommen sind. Ich kann es absolut verstehen, wenn man jetzt hier ein wenig nervös wird. Doch so ging es mir früher auch und aus diesen Erfahrungen habe ich einfach gelernt. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch aus so einer Situation wieder das Beste draus macht und das Beste für sich auch für die kommenden Zyklen mitnimmt. Was mache ich jetzt? Ganz klar besprochen. Sollte der Markt noch einmal tiefer fallen, werde ich hier weiteres Kapital injizieren. Wenn der Markt sich erholt, naja, dann freuen wir uns erst einmal, weil es das hier wieder eine Momentaufnahme ist. Natürlich ist man jetzt erst einmal ein wenig emotional getriggert. Ich musste auch, wie gesagt, erst einmal heute Morgen schlucken, als ich auf das Handy geguckt habe. Dennoch kann ich, glaube ich, ziemlich gut einordnen, einschätzen und auch von der emotionalen Stabilität her argumentieren, dass das soweit erst einmal wieder nur eine Momentaufnahme ist. Genauso wie hier heute tiefstrot, blutrot ist, wo wir jetzt auch gerade schon wieder einiges an Erholungen sehen, dieses Blatt morgen schon wieder anders aussehen kann und wir hier erst einmal grüne Erholungen sehen werden. Also Leute, nicht verzagen, nicht den Kopf in den Sand stecken. So ist nämlich das richtige Sprichwort. Und ich hoffe einfach, dass ich hier ein bisschen Klarheit in den Markt reinbringen konnte, dir ein bisschen, sage ich mal, emotionale Stabilität mitgeben konnte. Wir sitzen alle im selben Boot. Falls es heute Video gefallen hat, heute Abend, denk dran, 20 Uhr Primetime auf der Crypto Wall Street, können wir uns noch einmal zusammensetzen, austauschen, ein Q&A machen, über diese aktuelle Situation sprechen. Falls es heute Video gefallen hat, ich Mehrwert liefern konnte, gerne den Like-Button smashen, für dich ein Mausklick, für mich viel, viel mehr, würde ich mich immens darüber freuen und du würdest meine Arbeit damit immens unterstützen. Und falls du neu bist auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Analysen und News profitieren. Euch wünsche ich jetzt trotzdem einen erfolgreichen Wochenstart, Freunde. Macht es erstmal gut, wir hören uns heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.